Hey, ähm, ich mach heute da, ähm, das Minky-Like-To-Eskate, ähm, das neue Tag, und ja, das ist einfach, wie man sich schminkt, und wo man sich vorher, äh, halt, verrückt geschminkt hat, seht ihr es, glaube ich? Naja, bin ich stolz drauf. Okay, ähm, ich werde es ein bisschen abgewischt, einfach mit einem nassen Tuch wieder drüber, weil dann kommt die Farbe richtig in die, äh, und, ja, ich beginne jetzt meinen Pooler, und versuche ich die ganzen roten Stellen da unten abzudecken. So, okay, ja, dann. So, dann definieren wir die Lippen, ein bisschen. Sehr gut. So, soll ich rote Lippen? Dann mein Rouge von Essence wieder, äh, egal, das habe ich vorher auch hergenommen. So, dann nehme ich das Weiße her. Dann lege ich einfach so ein bisschen drauf. Ja. Ja. Nochmal eine Version. So, dass es richtig farbig wird. Ja. 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 Okay, aber mein Rouge, das muss ich jetzt absetzen, weil ich hab, äh, so übertrieben. Ja. Ja, da sieht man eigentlich nicht viel. Und, ja. Dann kommt nur noch die Wimperdusche. So. Okay, das war jetzt eigentlich der Tag. Ich hab's, glaub ich, gut hinbekommen. Ich hab's, glaub ich, gut hinbekommen. Ähm, wenn ihr den Tag nachmachen wollt, ähm, schreibt's bitte. Von, äh, Tag, der Waterproof Tag. Und, äh, es ist jetzt einfach Wasserfest Tag. Und, das hat damit zu tun, dass du nur wasserfeste Sachen vorher hernehmen darfst. Also, die hier, wenn du die daheim hast, dann nimm sie bitte her. Ja, weil das ist die Get Big Leicester Fulumbos Waterproof. Und die ist überhaupt nicht wasserfest. Also, äh, die mein ich überhaupt nicht. Und, ja, ich hab grad gesehen, dass meine Augen, ähm, ein bisschen zu dunkle sind. Und, ja, okay, ähm, das war jetzt eigentlich der Tag. Warum, 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 warum hab ich den gemacht? Weil ich jetzt einfach gedacht habe, ich hab mir jetzt einen Tag ausgedacht. Dann kann ich ihn ja euch zeigen. Das ist jetzt der Waterproof Tag. Und, bitte schreibt's mir in die Macht von Leens Herz. Und, unten in die Infobox von meinem Kanal. Eine kleine Art Werbung. Und, schreibt mir in die Kommentare, wie euch der gefallen hat. Aber, naja. Die Werbung darf nicht übertrieben sein. Also, nur so von Leens Herz. Und, dann den Kanal. Einfach. Okay? Ja. Ciao. Ciao.